Hallo und herzlich willkommen bei Technophil.de bei meinem Testbericht des Vico Getaway, des schicken 5 Zöllers, sehr flach gebaut, schicker Alu-Rahmen und so weiter, der gerade bei Technophil.de noch verlost wird. Morgen Abend, also am Mittwochabend, 20. August, in der Nacht dann zum 21. August, läuft das Gewinnspiel aus. Am Donnerstag werde ich dann die Auslosung vornehmen und den Gewinner bekannt geben. Dieses Gerät hier halt für 199 Euro könnt ihr da gewinnen. Und jetzt könnt ihr erfahren, wie gut es mir im Testbericht, in einem einwöchigen Praxistest, gefallen hat. Fangen wir wie üblich an mit einer ersten Vorstellung des Gerätes. So ein bisschen technische Daten, nur die wesentlichen. Alle weiteren Daten findet ihr unterhalb des Videos immer verlinkt, beziehungsweise dann halt auch im Artikel auf technophil.de mit eingebunden. Und anschließend gehen wir dann noch mal ein bisschen mehr in die Details. Ich lege das Gerät dann auf den Schreibtisch direkt vor die Kamera, sodass man noch mal gemeinsam in so ein paar Menüs und ein paar Einstellungen reingucken kann, die Displayqualität und auch die Verarbeitungsqualität des Gehäuses sich so ein bisschen mehr aus der Nähe angucken kann. Aber zunächst einmal zu meinem Vorab-Fazit und Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften. Ein paar Punkte hatte ich schon genannt. Ein 5-Zoll-Gerät, also relativ großes Display, dafür aber recht kompakte Abmessungen. Vor allen Dingen die schlanke Linie, 7,2 mm ist es nur dick. Dazu kommen aber noch relativ schmale Ränder. Das können zwar die absoluten Top-Modelle noch ein bisschen besser, aber es ist schon für ein Gerät, das unter 200 Euro kostet, ein sehr kompakt gebauter 5-Zöller und macht auch letztendlich einen sehr guten Eindruck. Verbaut ist aktuelle Mittelklasse-Hardware, würde ich so mal sagen. Also eine Quad-Core-CPU von Mediatek, das ist der MT6582. Gleiche CPU, die zum Beispiel auch im Vico Darkmoon drin steckt und durchaus ordentliche Performance-Werte liefert. Das Display ist ein HD-Display, also 720 Pixel x 1280. Die kleine HD-Auflösung, wie ich es immer gerne nenne, nicht Full-HD, was dann nochmal ein ganzes Stück mehr wäre. Aber für die 5-Zoll-Bildschirmgröße eigentlich völlig ausreichend. Man sieht so bei Full-HD im direkten Vergleich, dass die Schriften vielleicht noch ein bisschen feiner gezeichnet sind. Wer sehr, sehr viel liest, wird da seinen Spaß dran haben. Aber bedeutet auch immer mehr Performance, die dann dafür nötig ist, um das flüssig anzutreiben. Also hier durchaus eine sehr vernünftige Auflösung. Ich würde sie noch nicht mal als Kompromiss bezeichnen wollen. Dazu haben wir in dem Gerät 1 GB RAM und 16 GB Speicher fest eingebaut. Der ist erweiterbar per Micro-SD-Karte. Da gibt es allerdings eine kleine Einschränkung. Und zwar muss man sich entscheiden, ob man in diesem Slot, der hier auf der linken Seite des Displays angebracht ist, entweder halt eine Speicherkarte bis offiziell 32 GB, 64 GB und sehr wahrscheinlich auch die größeren, gehen durchaus auch, wenn man sie entsprechend formatiert. Ob man halt so eine Speicherkarte da reinsteckt oder halt eine zweite SIM-Karte. Es ist ein Dual-SIM-Gerät, aber es geht nur entweder die zweite SIM-Karte oder die Speicherkarte. Muss man sich dann, muss man abwägen. Immerhin hat man beide Möglichkeiten. Nicht so wie es bei Alcatel zum Beispiel teilweise ist, die dann schon verschiedene Modelle verkaufen, entweder Dual-SIM oder mit Speicherkarte. Hier hat man selber die Wahlmöglichkeit und kann auch zwischendurch mal switchen, wenn sich das irgendwie anbieten sollte. Am Rande erwähnt noch, hier kommt in diesen Kombi-Slot, wenn man da eine SIM-Karte reinlegt, eine Nano-SIM rein. Die muss man sich dann auch erst mal besorgen. Was haben wir noch an Ausstattungsmerkmalen? Eine 13-Megapixel-Kamera hier auf dem Rücken und die Frontkamera müsste 5 Megapixel sein. Ich muss es noch mal kontrollieren. Auf jeden Fall eine sehr hohe Auflösung für Selfies und auch wirklich gute Bilder und Videos, die man damit schießen kann. Noch bessere Bilder kriegt man allerdings von dieser 13-Megapixel-Kamera hier hinten drauf. Ich bin eigentlich kein Freund von diesem Megapixel-Wahn, gerade bei den Handys mit den super kleinen Sensoren. Ist das schon grenzwertig, ob so 12, 13 Megapixel, wie viel Sinn das noch macht. Aber tatsächlich kann man auch im Vergleich zu recht ordentlichen 8-Megapixel-Kameras noch einen deutlichen Auflösungsgewinn hier sehen, wenn man gutes Licht hat. Und da sind wir schon bei einem der Pluspunkte des Gerätes und gehen so langsam in die Bewertung über. Die Kamera ist wirklich sehr gut, also die beste oder mit die beste Kamera, die ich bei Vico oder Mediatek-Geräten und bei so preiswerten Geräten allgemein bislang gesehen habe. Gerade bei wirklich guten Lichtverhältnissen sieht man praktisch kein Rauschen, auch wenn man ganz auf Pixelebene reinzoomt. Allerdings fängt das dann relativ früh an, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich habe zum Beispiel im Garten mal ein Bild von einem Vögelchen, das auf der braunen Erde so saß, gemacht. Das war eigentlich noch ganz ordentliches Licht, nicht gerade Sonnenschein, aber bedeckter Himmel tagsüber. Und da hat man schon ein relativ deutliches Rauschen beim Reinzoomen gesehen. Immer nur, wenn man sehr stark reinzoomt, auf Pixelebene runtergeht. In einer normalen Vergrößerungsstufe, wenn man jetzt nicht gerade einen kleinen Ausschnitt rausholt oder halt einfach in das Bild eintauchen will und ganz tief reinzoomt, bemerkt man dieses Rauschen eigentlich nicht, es sei denn, man fotografiert dann bei extrem schlechten Lichtverhältnissen. Also Kamera schon mal ein dicker Pluspunkt von dem Gerät und wirklich erstaunlich, was für eine ordentliche Optik man in so ein super flaches Gehäuse von ganzen 7,2 Millimetern reinpacken kann. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ja, ansonsten, die wichtigsten technischen Daten hatte ich, kommen wir mehr so zur Bewertung. Insgesamt hat das Gerät mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es wird mir richtig schwer fallen, das einzupacken und dann an den glücklichen Gewinner des Gewinnspiels wegzuschicken. Am liebsten würde ich es gerne selber behalten. Also Display, WLAN, Mobilfunk, funktioniert alles wunderbar, ohne größere Auffälligkeiten. Bei WLAN habe ich so ein, zwei Mal eine kleine Hakelei gehabt, erkläre ich später noch im Detail. Aber nichts Wildes. Allerdings habe ich einen Punkt gefunden, den ich dann doch kritisieren muss und der recht schade ist, nämlich das GPS ist leider recht schwach. Also man wird oft in die falsche Straße positioniert beim Navigieren. Das ist manchmal 20, 30 Meter neben der richtigen Position, was das Gerät aufzeichnet. Ich werde euch später auch noch mal so eine GPS-Track-Aufzeichnung sehen, wo man sehr deutlich sehen kann, wie ich auf einmal anscheinend nicht auf die Autobahn drauf fahre, sondern einen Riesenbogen machen, dann doch auf der Autobahn lande. Ich bin aber die Autobahnauffahrt runtergefahren, ganz normal. Da kann man das visuell mal ganz nett sehen. Der Punkt ist allerdings ein bisschen mit, diese Kritik möchte ich mit Vorsicht genossen sehen. Das kann gut sein, dass das ein Einzelfall ist. Ich habe in den Kommentaren zu meinem Unboxing vom Getaway auch positives Feedback zum GPS gelesen, von Leuten, die das Gerät schon haben, meinten, ein GPS funktioniert super. Von daher ist es durchaus möglich, dass ich hier ein Montagsgerät in der Hand halte, das halt dann ein schwächeres GPS hat als andere Geräte. Ich werde noch mal schauen, ob ich mit dem Viko noch mal was arrangieren kann, dass ich vielleicht dem Getaway eine zweite Chance gebe und ein zweites Gerät noch mal kurz anteste. Per GPS habe ich heute leider da meinen Ansprechpartner nicht erreichen können und wollte diesen Testbericht jetzt aber deshalb nicht aufschieben, weil morgen, ich hatte halt versprochen, vor dem Ende des Gewinnspiels morgen den Testbericht rauszuhauen. Das passiert dann also heute. Also wie gesagt, wenn GPS für euch eine Rolle spielt und wenn euch das jetzt ärgert, dass ich sage, zum Navigieren ist das schon nicht mehr so richtig gut geeignet. Das nervt ziemlich, wenn der Navi ständig versucht, einen wieder auf den rechten Weg zu leiten, obwohl man den nie verlassen hat. Das Navi einfach glaubt, man wäre in einer Parallelstraße irgendwo. Wenn das für euch eine Rolle spielt, dann schaut doch bitte, bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft oder halt nicht trefft, schaut bitte mal in den Artikel, der unten verlinkt ist, rein zu diesem Testbericht hier, also in die textuelle Version davon. Da werde ich dann auf jeden Fall, wenn ich noch mal was Neues zum GPS erfahren sollte, das da dann aktualisieren, dicken Hinweis reinbauen. Hier im Video ist das nachträglich immer ein bisschen schwierig. Ja, das wie gesagt, die einzige wirklich signifikante Schwäche, die ich festgestellt habe. Die andere, das WLAN. Ich kann es schon ganz kurz schon sagen, ich habe zweimal den Fall gehabt, dass das WLAN zwar verbunden war oder zumindest anzeigte, es wäre verbunden gewesen, ich hatte aber keine Datenverbindung. Dachte zuerst schon mal eine olle Fritzbox, die langsam aufgibt, wäre es schuld, war sie aber nicht. Also anscheinend war da, das hatte sich da irgendwas verschluckt im Handy, es fand kein Datentransfer mehr statt. Einmal bin ich dann kurz ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und alles war gut. Falls euch das also mal passieren sollte, ihr euch wundert, warum tut es Internet gerade nicht, ist das vielleicht ein Versuch wert. War aber in der längeren Zeit, also ich habe es ja über drei Wochen jetzt glaube ich schon seit dem Unboxing hier zu Hause und jetzt in der letzten Woche sehr intensiv getestet, aber auch davor in der ganzen Zeit zweimal aufgetreten. Also nichts, was jetzt einen täglich nerven würde. Ansonsten wirklich alles bestens, vieles hatte ich eben schon erwähnt, Bluetooth funktioniert auch gut, sowohl telefonieren darüber als auch Audio-Streaming im Auto. Hatte bei mir beim ersten Versuch so ein paar Aussätze erstmal gehabt, ich dachte schon, oh weh, aber das ist dann, irgendwann hat sich das gelegt und dann bin ich stundenlang Auto gefahren und hatte keinen einzigen Aussetzer mehr. Wunderbar, um Podcasts zu hören, zum Beispiel unterwegs, habe ich mal ausgiebig genutzt. Feine Sache. Ja, das soweit zu meinem Vorab-Fazit zum Vico Getaway. Für 199 Euro, was dieses Gerät kostet, ist das wirklich ein äußerst schickes Gerät mit einem sehr wertig und elegant sich anfühlenden Gehäuse. Diese Lederstruktur, die ich auch beim Unboxing schon erwähnt habe, die wir gleich nochmal im Detail zeigen werden, ist recht unauffällig, längst nicht so auffällig wie beim Galaxy Note 3 und schon gar keine falschen Nähte ins Plastik reingeprägt, sondern nur so ein bisschen eine Struktur. Da muss man wirklich schon gut hingucken, um das überhaupt zu erkennen. Ich finde, es ist sehr schick gelungen, auch diese dunkle, dunkelblaue Navy Blue Farbe zusammen mit dem entsprechend dunklen, aloxierten Aluminiumrahmen, den wir rundherum haben. In der weißen Version ist das dann silbrig und halt eine weiße Rückseite. Und es kommt jetzt noch gerade demnächst auf den Markt eine goldene oder Champagnerfarbene in Entwicklung, die dann schwarz und hier einen so einen gold, mattgoldenen Rand quasi kombiniert. Sieht auch sehr, sehr schick, sehr edel aus, finde ich. Ein bisschen was anderes mal. Also sehr schickes Gerät, im Großen und Ganzen wirklich eine tolle Performance. Die Performance bei Spielen entspricht halt exakt dem, was wir schon von diversen anderen Geräten mit dem gleichen Prozessor kennen. Also für normale Spiele würde ich mal sagen völlig ausreichend. Für so die extrem aufwendigen kommt man dann, da kommt man dann schon an die Grenzen des Geräts und muss dann die Details vielleicht was runterschrauben. Aber ich denke mal so die Hardcore-Gamer, die werden sich vielleicht dann eh ein anderes Gerät aussuchen. Wir sollten eher vielleicht zum Beco-Wax oder am Highway greifen, die anderen leistungsfähiger CPUs nochmal drin. Ja, soweit von hier. Für das Geld finde ich so ziemlich das schickste Gerät, was man kriegen kann. Zudem auch eins, was wirklich bis auf das GPS gut funktioniert und keine Schwächen aufweist. Tolle Kamera eingebaut. Also von mir eine dicke Kaufempfehlung und schauen wir mal, ob wir das mit dem GPS nicht nochmal klären können, ob das vielleicht ein Einzelfall bei diesem Gerät ist. Aber schauen wir uns das Gerät jetzt erstmal gemeinsam noch im Detail ein bisschen an. So, jetzt haben wir das Gerät direkt vor uns liegen und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Äußerlichkeiten nochmal ein wenig an. Wir haben halt hier die Front hier bei der schwarzen Version halt komplett in schwarz gehalten, bis auf den kleinen Hörergrill hier oben mit einem silbrigen Gitter. Hier die Löcher für die Sensoren und hier rechts die Kamera kann man in dem schwarzen Modell kaum erkennen. Gut, die Kamera schon deutlich. Auf der unten haben wir dann unterhalb des Displays die Tasten für Menü, Home und Zurück, die relativ schwach beleuchtet sind und wie leider Gottes bei sehr vielen Handys üblich, auch nur dann beleuchtet sind, wenn man es eigentlich am wenigsten braucht, nämlich nachdem man sie bedient hat. Keine Ahnung, warum das immer wieder so gemacht wird. Vico hatte im Highway ja mal die Option eingebaut, die ständig beleuchtet zu lassen, also genauso lange wie das Display. Finde ich auf jeden Fall sinnvoller oder halt so eine Geschichte, dass sie schnell ausgehen, aber wenn man das Display bedient, dann irgendwie auch wieder angehen. Das ist für mich schwer nachvollziehbar, aber gut, das will ich nicht dem Getaway selber so großartig anlassen, weil es leider Gottes sehr, sehr üblich ist. Dazu kommt natürlich noch, dass es hier halt so designt ist, dass man im ausgeschalteten Zustand die Tasten fast nicht erkennen kann, nur erahnen kann, da ist dann fast schon die Lösung, die Acer zum Beispiel beim E700 gemacht hat, was ich vor kurzem ja geunboxt hatte, wo die Tasten einfach nur aufgedruckt und gar nicht beleuchtet sind, eigentlich noch konsequenter. Na gut, soweit zur Vorderseite. Hier unten noch möchte ich darauf hinweisen, so ein metallisch geschliffen wirkendes Panel, das ist ähnlich wie bei dem Vico Wax das erste Mal gesehen. Das kleine Vico Fitz hat da auch ein ähnliches Kinn hier unten. Das sieht recht schick aus, ist aber in dem Fall jetzt hier auch trotz des Alu-Rahmens kein echtes Metall, denke ich zumindest. Hier sehen wir nochmal die schlanke Linie von der Seite gesehen und den Aluminium-Rahmen, der das gesamte Gerät umläuft, ähnlich wie beim iPhone der Vierer-Serie, dann hier an manchen Stellen unterbrochen. Ich glaube aber nicht, dass man hier das Vico hier tatsächlich den Alu-Rahmen auch für Antennen benutzt. Eingelassen sind anscheinend auch aus Metall bestehende Tasten für das Ein-Ausschalten hier unten und die Lautstärke da drüber. Haben so ein klein bisschen Spiel, also wenn man nicht jetzt mit dem Finger drüber fährt, dann können die so ein bisschen hin und her wippen. Ist aber etwas, was ich als Tester beim Unboxing mir mittlerweile immer angucke, anfühle bei den Tasten, was ich aber in der Praxis nie störend bemerkt habe oder sowas. Also das sind so die typischen Sachen, auf die man mit der Zeit, wenn man ganz viele Geräte in der Hand achtet, die mich persönlich zum Beispiel aber nicht im Alltagsgebrauch stören. Darüber dann einer der SIM-Karten-Slot oder der Haupt-SIM-Karten-Slot hier auf der rechten Seite, den man mit so einem kleinen Pin, aufgebogene Büroklammer tut es zum Beispiel auch, ist es aber auch ein kleines Werkzeug beigelegt, auswerfen kann und dann dementsprechend die SIM-Karte in diese kleine Schublade einlegen kann und das wieder da reintun. Hier auf der linken Seite haben wir nochmal so eine ähnliche Schublade, die dann, wie eben schon erwähnt, alternativ in eine Micro-SD-Karte, Speicherkarte, das habe ich jetzt drin, aufnehmen kann oder halt eine zweite SIM-Karte dann im Nano-Format, Nano-SIM-Format. Hier rechts kommt eine Micro-SIM rein. Ja, für die Leute, die dann sagen, blödes Format, muss ich meine SIM-Karte erstmal zurecht schnibbeln. Ich glaube, die Mini-SIM, also diese großen SIMs, wie man sie bisher kannten, die sind wirklich am Aussterben. Da sollte man sich echt mal mit anfreunden, dass das Format nicht mehr viel unterstützt wird. Und es gibt Adapter, man kann sogar den Rahmen, aus dem man das ja selber rausdrückt, als Adapter benutzen. Das mache ich selber. Ist absolut problemlos. Auf der Oberseite, die wir jetzt hier sehen, sieht man den 3,5 mm Klinkenanschluss für Headset und oder Kopfhörer. Und das habe ich beim Unboxing schon mal darauf hingewiesen. Hier kann man so ein bisschen erahnen, wie flach das Gehäuse ist, wenn man sich mal hier ansieht. Ich hoffe, die Kamera kriegt das jetzt hin. Ja, schön, dass das hier so eine richtige kleine Delle in den ansonsten leicht abgerundeten Rahmen drin ist, um halt diese Buchse da noch irgendwie unterzubringen. Ich versuche das mal hier so ein bisschen noch in verschiedenen Blickwinkeln. Hier kann man es jetzt gut erkennen, dass es dann letztendlich in den normalen Körper quasi übergeht. Also hier ist es nichts Hervorstehendes. Die Kamera steht ein ganz klitzekleines bisschen hervor, ist aber insgesamt das Gerät wirklich extrem flach verbaut und jetzt ohne große Knubbel für Kamera oder ähnliche Sachen. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Rückseite in dieser, ja, ich finde recht dezenten Lederoptik. Ich denke, in diesem Licht jetzt hier kann man es ganz gut erkennen. Fühlt sich tatsächlich fast so ein bisschen ledrig an. Das ist halt so ein Soft-Touch, der dann so ein klein bisschen diese Struktur reingeprägt hat. Und wie gesagt, am Rand jetzt nicht mit irgendwelchen künstlichen Nähten noch drin. Das finde ich sehr lobenswert. Das fände ich dann gar nicht mehr schön. Und es ist so dezent, man muss schon relativ genau hingucken, um es überhaupt zu erkennen. Also nichts, wo jetzt jeder einem sagt, äh, was hast du denn da? Hast du so ein Pseudokroko oder was? Also durchaus. Ein nettes Design, meines Erachtens sinnvoller als jetzt eine Gorilla Glass oder Metallrückseite, die deutlich empfindlicher sind. Metall ist er kratzt schneller und Gorilla Glass würde, wenn es halt mal so auf den Rücken fällt oder einen harten Schlag abbekommt, dann doch, denke ich, eher springen als jetzt so ein Plastik, was einfach robuster ist. Nehmen wir noch die Unterseite, halten wir es da mal richtig rum. Da haben wir hier neben so einer aufgedruckten CE-Nummer, was die Optik so ein ganz klein bisschen einschränkt, ähm, dann, äh, den Micro-USB-Anschluss und daneben das kleine Löchelchen für die, ähm, ähm, fürs Mikrofon. Und ich fummel hier gerade so rum, weil ich schon dachte, ich hätte doch einen kleinen Kratzer beim Einstecken des, äh, Mikro-SIM-Anschlusses gemacht. Das war aber nur ein Staubkommelchen. Also bislang das Gerät noch ohne Gebrauchsspuren, das ist insofern interessant, weil ich ja genau dieses Gerät, äh, zur Verlosung, ähm, rausgegeben habe. Und, äh, ja, nochmal vielen Dank an Wiko, dass Sie das dafür auch zur Verfügung stellen, dass ich das nicht selber kaufen muss, um es euch zu verschenken. Ja, ich denke, wir hatten den Rundgang gemacht, ähm, dann können wir uns, äh, denke ich, die Software noch ein wenig genauer anschauen. Ja, und eigentlich gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, weil es ist, äh, ein, äh, Android, äh, basierend auf Android 4.4 KitKat, genauer gesagt 4.4.2 die Version, ähm, ähm, was kaum verändert wurde, was also in dem, äh, äh, Vanilla Android, wie man es manchmal nennt, äh, das direkt von Google kommt, ähm, sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, wir haben hier halt den, den, den Home-Screen, den man natürlich sehr flüssig hin und her blättern kann. Bei KitKat ist die Anzahl der, äh, Home-Screens normalerweise, ähm, recht minimalistisch gehalten. Es werden neue hinzugefügt, wenn man neue Icons drauf ablegt, ähm, man kann das aber auch selber bearbeiten. Ähm, äh, wir haben den App-Draw, in dem dann alle Apps alphabetisch sortiert abgelegt sind. Hier sind jetzt relativ viele drin, weil ich halt während der Testphase, ähm, doch einiges installiert habe, ähm, unter anderem auch, weil ich die LG G-Watch ja letztens vorgestellt habe und dafür dann noch eine ganze, eine Menge Apps auch zusätzlich, äh, äh, auf diesem Gerät hier installiert habe, mit dem ich die G-Watch verbunden hatte. Ähm, ähm, äh, wer, wer das interessiert, ich werde sowohl Screenshots im, äh, im Artikel einbauen, als auch, ähm, im Unboxing kann man das auch im Film nochmal sehen, wie ich hier durchblättere, wie das im Ausgangszustand aussieht. Ähm, ähm, erfreulicherweise ein sehr, ähm, recht spartanischer, ähm, Ausstattungszustand, also keine einzige Nicht-Google-App zusätzlich installiert, äh, noch nicht mal diese Trustgo-Sicherheits-Suite, die, äh, Vico sonst in letzter Zeit oft dabei hatte, ähm, oder ähnliche Sachen. Wir haben halt, ähm, ähm, zusätzlich zu dem absoluten normalen Kram eine Aufgabenverwaltung und einen Dateimanager, der aber mittlerweile auch Standard geworden zu sein scheint, ähm, bei Android. Ähm, und, äh, das Einzige, was so ein bisschen redundant ist, ist, äh, die Installation des Android-Browsers und des, äh, Chrome-Browsers, beides von Google. Ähm, ähm, der Standard bei Google, äh, äh, bei KitKat ist eigentlich, äh, so viel ich weiß nur noch, äh, Chrome zu installieren. Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich persönlich mag irgendwie den alten, den Standard-Browser lieber, empfinde den als etwas flotter oder, ähm, ja weniger groß. Ähm, ähm, ist ein bisschen schade, dass jetzt beide hier installiert sind. Das ist doch ziemlich, äh, redundant. Man kann auch keinen davon deinstallieren. Aber, ja, wirklich schlimm ist das natürlich auch nicht. Ähm, ähm, ansonsten gibt's hier, äh, wenig Aufsehenerregendes. Sollten wir vielleicht auch nicht viel Zeit weiter mit verbringen. Ähm, ähm, schauen wir kurz in die, äh, Einstellungen rein. Wie üblich bei Android seit Version 4.2 mit zwei Fingern kommt man in diese Schnelleinstellungen rein. Wenn man nur mit einem Finger runterwischt, ähm, hat man die, ähm, die Benachrichtigungen kann man dann sehen. Ähm, und mit dieser Taste kann man da auch zwischen hin und her schalten. Ähm, wir haben dann, ähm, ja, hier in den Schnelleinstellungen kann man so die verschiedensten Sachen, äh, schnell, ähm, verändern, WLAN ein, ausschalten, Bluetooth und ähnliche Geschichten. Äh, die Audioprofile auswählen. Das ist eine der Erweiterungen an Android, die Mediatek bei seinen, bei den auf die Mediatek-basierten Geräten eigentlich fast immer mit dabei hat. Äh, äh, praktische Sache kennt man früher, so von den alten, äh, nicht smarten Phones, ähm, dass man da schnell sein Gerät mit stumm schalten kann oder ähnliches. Ähm, dann, äh, Bildschirmübertragen ist noch ganz nett, kann man halt MiraCast direkt von hier aus aktivieren. Und man kommt natürlich auch direkt in den Einstellungsdialog rein durch den entsprechenden Tab auf dieses Zahnrädchen da oben. Hier, äh, neben den Audioprofilen, die wir hier unten haben, noch eine weitere, ähm, Erweiterung, die, ähm, auch von Mediatek direkt kommen, die bei allen Mediatek-Geräten oder bei fast allen so identisch umgesetzt ist. Das ist die SIM-Kartenverwaltung halt für die zwei SIM-Slots, die hier drin sind. Ich hab nun, äh, äh, wie schon gesagt, das nur, gerät jetzt nur mit einer SIM-Karte und stattdessen halt als zweites dann eine Speicherkarte eingelegt, getestet. Ähm, ehrlich gesagt, muss ich mir auch noch eine Nano-SIM besorgen, um sowas dann demnächst auch wirklich testen zu können. Ähm, deshalb können wir jetzt hier nicht, äh, sehen wir die Auswahlmöglichkeiten ausgegraut, aber ihr kennt das vielleicht schon von den anderen, äh, Reviews, die ich gemacht habe von Mediatek-basierten, basierten Dual-SIM-Geräten. Bei jedem Punkt kann ich halt separat, also für Sprachanrufe, für Videoanrufe, für SMS und MMS und für die Datenverbindung auswählen, mit welcher SIM-Karte ich das machen kann. Bei der Datenverbindung habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, die ganz auszuschalten. Deshalb habe ich jetzt hier trotz nur einer SIM-Karte natürlich noch eine Auswahlmöglichkeit, um einfach Daten komplett abzuschalten. Ähm, dazu nochmal der Hinweis, wenn man zwei SIM-Karten drin hat, dann sollte man immer darauf achten, dass der Videoanruf auf die gleiche SIM-Karte eingestellt ist wie die Datenverbindung, weil dieser Menüpunkt Videoanruf entscheidet, ähm, auf welche der beiden SIM-Karten man UMTS-Funktionalität hat. Wenn man also die beiden unterschiedlich einstellt, dann hat man auf der, äh, bei der Datenverbindung nur GSM-Geschwindigkeit und kann man da kein UMTS nutzen. Das so als Tipp am Rande. Es gibt den Link direkt in die Kontakt-App rein, äh, wo man dann für, zu jedem, äh, Kontakt oder genauer gesagt zu jeder Telefonnummer, ähm, ähm, von jedem Kontakt, ähm, ähm, einstellen kann, mit welcher SIM-Karte die bevorzugt angerufen werden soll. Das dürfte, äh, Mediatek typisch so sein, dass dann dieses, diese Einstellung, wenn sie von der globalen Einstellung abweicht, die man hier festgelegt hat, leider nur als, äh, Empfehlung wiedergegeben wird in einem Dialog, der dann nochmal aufpoppt, was willst du jetzt genau tun und so ein Sternchen dran an der SIM-Karte, die man hier bei dem Kontakt eingestellt hat, das ist ein bisschen schade bei, vor allen Dingen bei Leuten, die an der Freisprecheinrichtung das Telefon benutzen und das dadurch gerne vollautomatisiert hätten. Ich kenne aber jetzt auch keine Möglichkeit, das irgendwie abzuschalten, wird aber vielleicht mal Viko darauf ansprechen, warum das so ist oder ob man da vielleicht was dran ändern könnte. Ja, das soweit zu den, ähm, DualSIM-Einstellungen. Der Rest sind alles Standard-Android-Geschichten. Wir können mal ganz kurz in die Speicherverwaltung reinschauen. Da haben wir jetzt etwas irritierend zuerst die ESD-Karte aufgeführt, ähm, und weiter unten dann den eigentlichen Gesamtspeicher. Sehr erfreulich hierbei ist, dass wir die 13 Gigabyte Speicher, wo fast alles von dann letztendlich frei ist am Anfang, also 12,8 Gigabyte waren es glaube ich in etwa, ähm, an einem Stück zur Verfügung haben. Das, was da jetzt fehlt sozusagen, die knapp drei Gigabyte, die wir nicht hier zur Verfügung haben, das ist halt die Systempartition, die für den normalen Anwender nicht sichtbar ist, nur wenn man es routet, kann man auf die zugreifen. Ähm, ähm, und ähm, ähm, wie gesagt, es gibt nur eine, äh, neben der Systempartition nur eine Partition für Apps, Daten und alles Weitere, ähm, wodurch man dann flexibel diesen Speicherplatz tatsächlich nutzen kann und nicht bei den Apps plötzlich an eine Grenze stößt, während man bei den Daten noch viel Platz hat oder Ähnliches. Ist leider immer noch bei vielen Android-Geräten so der Standard, dass es zwei Partitionen dafür gibt und man dadurch etwas unflexibler ist. Von daher kann man vielleicht auch mit dem, mit der Einschränkung, ähm, dass es hier, ähm, der, dieser zweite Slot auf der linken Seite entweder SIM oder Speicherkarte ist, äh, ganz gut leben, wenn man nicht gerade sehr viele Filme, Musik oder sonst irgendwas mitnimmt, kommt man mit den 16 Gigabyte, dank dieser flexiblen Speicherverwaltung, denke ich, schon recht weit. Ähm, was gibt es noch noch zu beachten hier, ähm, wir haben noch so ein paar Smart Guests, das sind die gleichen, wie sie auch beim, bei den anderen, äh, höherwertigeren Mediatek-Geräten existieren, äh, für mich eher so eine Spielerei, ähm, ich hab's bisher, ähm, ehrlich gesagt, dann immer relativ schnell wieder ausgeschaltet, zum Beispiel Galerie-Ansicht, äh, äh, via Proximity, da kann man dann durch so wedeln mit dem, mit der Hand vor dem Display die, äh, Bilder weiter blättern, das klappt aber, ähm, zumindest ist bei mir nur relativ erratisch, ähm, ähm, also nicht sehr zuverlässig, ähm, wodurch das dann eigentlich eher nervt und, ähm, gerade diese Wischbewegung auf dem Display sind sowas von intuitiv, ähm, ähm, das, äh, ja, sehe ich relativ wenig Sinn, das so zu machen, weil, wenn man einmal die Galerie aufgerufen hat, dann hat man eh die Finger so weit sauber gemacht, dass man dann ans Display sich ranwagt. Da braucht man so eine Wedelfunktion, finde ich persönlich, nicht mehr. Ja, das soll es soweit erst mal zu den Einstellungen gewesen sein und generell auch, äh, an Kommentaren zur Softwareausstattung, da grundsätzlich keinerlei Überraschung, absolut Mediatek-typisch, wenn man jetzt ein Vico Bloom oder ein Vico Highway mit dem KitKat-Update, ähm, hernimmt oder ähnliche Geräte, hat man genau die gleiche Software drauf. Mal abgesehen davon, dass sie da noch eins, ein oder zwei Apps manchmal dazu installieren, die hier nicht dabei sind. Schauen wir uns ganz kurz Benchmarkergebnisse an, hier der Antutu Benchmark, ähm, ähm, absolut normaler Wert für diese CPU, ähm, ähm, praktisch identisch mit dem, was wir beim Darkmoon und beim Bloom gesehen haben, also 17.200 Punkte hier in etwa. Wer sich diese Ergebnisse im Detail noch angucken will, also die einzelnen Unterpunkte, kann gerne, ähm, in den, äh, nochmal dem Link unten folgen zum, äh, Artikel zu diesem Video, äh, da findet ihr Screenshots, äh, von diesen, äh, Ergebnissen hier. Bleiben wir bei Antutu, hier der Antutu-Tester mit seinem Battery-Test, übrigens in der etwas älteren Version, 2-3-5, die man leider so nicht mehr im Playstore bekommt. Ich, äh, benutze sie jetzt immer, installiere sie immer als APK. Ähm, da haben wir knapp 500 Punkte erreicht, was in etwa, ähm, guten zweieinhalb Stunden, zwei Stunden und 34 Minuten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, entspricht, äh, ne, 44 Minuten. Ähm, das ist, äh, ein ordentlicher Wert, also leicht unter Durchschnitt, äh, drei Stunden, äh, in der Größenordnung erreichen, mittlerweile dann doch so einige Smartphones, ähm, ist aber, denke ich mal, ähm, bei dem, ja, bei dem, ja, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mal so sagen, ähm, durchaus okay. Wir haben halt eine 2000 mAh-Stunden, ähm, Stromquelle hier drin in Akku, ähm, da ist das, äh, relativ normaler Wert. Wer jetzt richtig mehr will, dem kann ich schon mal das ESA, äh, äh, E700 empfehlen, was ich, ähm, als eines der nächsten Geräte testen werde, das mit einem 3500 mAh-Akku eine ganze Ecke mehr zu bieten hat, ähm, ähm, was die Akkuleistung angeht. Dafür natürlich auch ein bisschen wuchtigeres Gerät ist, ähm, das so als, äh, als Randbemerkung. Schauen wir mal, was wir sonst noch für Ergebnisse haben. Benchmark hatten wir hier. Das hatte ich eben erwähnt zum Thema GPS. Jetzt springe ich ein bisschen hin und her, aber da ich gerade in der Galerie bin, wo wir diese Ergebnisse sehen, ähm, hier mal das erwähnte Bild, wo ich halt auf der Autobahn draufgefahren bin, also ich bin tatsächlich den korrekten Weg hier gefahren und nicht querfeldein da oben lang. Und das ist schon ein ziemliches Stückchen, was da an Abstand, äh, ist. Man kann das hier sehen, so diesen üblichen Autofahren, uh, Autobahnauffahrtskringel, ähm, in der Größenordnung lag da das GPS neben dem, äh, korrekten, ähm, Ergebnis. Und da fängt natürlich der Navig an, äh, und denkt erst mal, man wäre weiter auf der, ähm, Zubringerstraße gefahren oder würde dann über irgendwelche wilden Feldwege mit 120 Sachen pesen. Ähm, ähm, das kann ziemlich nervig sein, ähm, wenn man da, ähm, ständig Hinweise bekommt. Man soll doch jetzt bitte mal abbiegen, U-Turn machen oder sonst irgendwas. Das ist nicht immer so. Ihr seht, hinterher ist das GPS dann auch, ähm, ähm, auf die Autobahn gekommen, hat dann lange Zeit korrekt positioniert zwischendurch, aber mich immer mal wieder an eine falsche Stelle gesetzt. Ähm, da also wirklich der einzige nennenswerte Kritikpunkt an diesem Gerät, äh, dass das GPS relativ, ähm, unzuverlässig funktioniert. Ähm, zur Akkulaufzeit, das ist jetzt nicht ganz realistisch, aber ich denke, man kommt schon, wenn man das Gerät, äh, gar nicht benutzt, also im Standby, ähm, mehr als einen Tag aus, im, ähm, mit intensiven Benutzen, wie ich das jetzt hier während des Tests, äh, gemacht hab, ähm, ähm, kommt man gut über den Tag hinweg. Ähm, ähm, ich hab eigentlich nie das Problem gehabt, dass mir das Gerät, äh, während des Tages, ähm, irgendwie, schlapp gemacht hat, es sei denn, ich hätte es jetzt mal wirklich vergessen aufzuladen an einem Tag, ähm, ähm, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu der LGG Watch, die mir gestern erst noch, äh, nachmittags um, äh, äh, vier oder sowas, nee, halb vier, plötzlich den Geist aufgegeben hat, weil der Akku leer war, obwohl ich sie nachts vorher noch aufgeladen hatte. Ähm, ähm, also von daher okay und wenn man es wenig nutzt, dann ist eigentlich die, die Strom, äh, Sparmechanismen, die sind gut genug, um dann das Gerät auch zwei, drei Tage, also wahrscheinlich am Laufen zu halten. Kommen wir zur Kamera, zu den Fotoqualitäten. Ich hab jetzt hier mal ein, äh, ein Foto, was ihr vielleicht aus den, aus meinem Testbericht von Nokia Lumia schon kennt, werde ich später auch nochmal die gleichen Vergleiche einblenden, äh, ähm, äh, auf den Bildschirm geholt und mal so in die stärkste Zoomstufe rangeholt. Hier kann man so ein bisschen Unschärfen entdecken, aber es wirkt bei weitem nicht wirklich, also nicht wirklich verrauscht, ist immer noch alles recht klar und dafür, dass man hier wirklich extrem rangezoomt hat, ein wirklich tolles Bild noch hier im Himmel, kann man jetzt so ein leichtes Rauschen erkennen. Aber jetzt, um mal, nochmal kurz zu zeigen, hier haben wir die Uhr, das ist das Originalbild, da ist diese Uhr klitzeklein drauf. Ich hab also wirklich die 13 Megapixel, ähm, Auflösung jetzt bei diesem Zoomen komplett ausgereizt und das ist wirklich eine sehr ordentliche Bildqualität für eine Handykamera. Auch ansonsten, selbst bei nicht so guten Lichtverhältnissen, wie jetzt hier, das war so ein Abendsonne, schönes Licht zum Fotografieren natürlich, ähm, macht die Kamera noch sehr ordentliche Bilder. Man merkt dann früher das Rauschen, wie ich es, äh, wie ich eben auch erwähnt hatte. Und ich werde auf Technophilie eben, ähm, hier unten verlinkten Artikel, ähm, auf jeden Fall nochmal ein paar, ähm, Bilder in kompletter Auflösung hochladen, sodass ihr, ähm, selber ein bisschen reinzoomen, ein bisschen rumgucken könnt. Auch mal dieses Bild von dem Vögelchen vielleicht, wo man dann schon ein stärkeres Rauschen trott, trotz noch ordentlichem Licht sehen kann. Schauen wir uns nochmal im direkten Vergleich die Bilder zur, ähm, zum, ähm, Nokia Lumia 925, was ja mit seiner Pureview-Kamera recht viel Werbung macht und auch guten Ruf genießt. Ähm, da sehen wir gerade an diesem gleichen Kirchturm hier jetzt, ähm, im Vergleich, dass das, ähm, 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 Lumia deutlich, äh, weniger Details rausarbeitet, deutlich, schon fast verwaschend wirkt im Vergleich zum Vico Getaway, äh, selbst wenn man beim Vico Getaway den Zoom-Faktor mal so weit, ähm, reduziert, dass wir auf eine ähm, ähm, Größe kommen, also den, den, den Unterschied in der Pixelauflösung, das Nokia hat 8,7 Megapixel, das Vico 13, ähm, ähm, egalisiert, sieht man immer noch deutlich mehr Details und dann verschwindet natürlich auch nochmal das Rauschen ein klein bisschen, äh, stärker beim Getaway. Ähm, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Richtung, ähm, schwierigere Lichtverhältnisse gucken wollen, hier wieder die beiden Bilder von dem kleinen, ähm, Android, ähm, ähm, Männchen bei sehr schwierigen Lichtverhältnissen fotografiert. Die Schreibtischlampe hat das, ähm, dieses Figürchen so ein bisschen von hinten, ähm, beleuchtet. Also es war außer dieser relativ schwachen LED-Schreibtischlampe sonst kein Licht im Raum an, ähm, ähm, also ziemlich extreme Belichtungsverhältnisse. Haben beide Kameras finde ich noch erstaunlich gut für eine Handykamera eingefangen. Hier sieht man aber, dass das, ähm, Nokia dann so ein bisschen besser noch die, die Balance findet und auch, äh, weniger verrauscht, was man vor allen Dingen an der Vergrößerung der kleinen Metallöse oben doch noch recht deutlich sehen kann. Hier wirkt das, äh, Bild vom Vico so ein bisschen glatt gematscht, äh, da hat dann irgendein Algorithmus, ähm, ähm, nicht so richtig großen Erfolg gehabt, das Rauschen, also wegzukriegen, das ist immer noch ein bisschen sichtbar, aber gleichzeitig auch etwas, äh, eine unnatürliche Farbverteilung gebastelt. Und jetzt mal ganz extrem hier ein Foto bei minimalster Beleuchtung, das ist schon ziemlich nah an Kerzenlicht dran. Es sind nur zwei Dekolampen an den, äh, an der Wand, also die hier links an der Wand und an der gegenüberliegenden, die aber in diese Ecke hinein wohl gar nicht, fast gar nicht leuchtet. Ähm, da sind auch so LED-Fundzellen drin, die sind wirklich, äh, als Hintergrundlicht fürs Fernsehgucken geeignet, mehr nicht. Ähm, ich finde es immer noch erstaunlich, dass beide Kameras dabei noch ein halbwegs, äh, brauchbares oder erkennbares Bild geliefert haben, aber hier sieht man sehr deutlich den, äh, äh, den Vorteil der Nokia Lumia 925. Nun wollte ich nicht, dass Nokia hier eigentlich testen und loben, aber das mal so als Extrembeispiel, wie viel im, äh, auch im Handybereich noch bei Lichtempfindlichkeit möglich ist. Aber wie gesagt, selbst das Vico Getaway schlägt sich hier noch relativ gut. Bei manch anderer Kamera hat man da nur noch Pixelmatch, äh, beziehungsweise Belichtungszeiten, bei denen man keine Chance hat, die Kamera noch halbwegs ruhig zu halten. Ähm, so viel zu den, äh, Kameraqualitäten, äh, wie gesagt, Testbilder und auch ein Testvideo, binde ich in den Testbericht, den hier unterhalb des, ähm, äh, Videos bei YouTube immer findet, noch mit ein. Ähm, äh, zu den Sprachqualität und auch Empfangsqualität hatte ich vorher schon eigentlich, denke ich, genug erwähnt, hatte ich die Sprachqualität kommentiert. Machen wir das noch kurz hier, ähm, äh, also, äh, ist eine gute, klar verständliche Sprachqualität, klingt ein bisschen dumpf, gerade in einem direkten Vergleich zu einem Huawei Essence P7 zum Beispiel, ähm, ähm, was die, äh, die, äh, die, äh, die Klangqualität sowohl beim normalen Telefonieren am Ohr, als auch im Freisprechmodus in verschiedenen Haltungen sehr ähnlich. Es sind keine so großen Unterschiede wie bei manchen anderen Geräten dabei. Also, im großen und ganzen positiv. Ich hab auch kein einziges Mal irgendwelche Beschwerden oder, äh, oder Kommentare gehört, wenn ich mit Leuten telefoniert hab mit dem Gerät. Das funktioniert wunderbar. Und ich, äh, guck mal, dass ich das Audio-File von diesem, von einem Testanruf, den ich auf eine Voicemail gemacht hab, auch im Artikel, ähm, einbinde, so dass ihr euch da selber anhören könnt, was ich da auf meine eigene Voicemail gelabert hab. Also, natürlich die Klangqualität, die euch dabei anhören könnt. Um den Inhalt geht's da weniger. Ähm, ja, soweit das, das halt so zu den Eigenschaften, die man hier nicht so gut zeigen kann. WLAN hatte ich erwähnt, hatte ich zweimal Hakeleien, dass ich es ausschalten musste, um eine Verbindung dann wieder herzustellen. Ansonsten alles top. Bluetooth hat auch wunderbar funktioniert, hat bei mir jetzt, wobei da zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig bestanden und halt ich navigiert hab. Ich hatte halt das Handy mit dem, äh, Autoradio zum Streaming von Musik und gleichzeitig auch mit der Smartwatch verbunden. Da hat's am Anfang so ein bisschen geruckelt und gehakelt und gezockelt. Das ging dann aber nach einer Minute oder sowas weg und ab da absolut kein Problem mehr, äh, wunderbar, um Musik gemischt mit Navi-Ansagen oder halt auch Podcasts und ähnliches zu hören. Feine Sache das. Ähm, und so gesehen, ähm, bis auf das Thema GPS, wo ich wie gesagt schon am Anfang noch einmal, ähm, gerne dem Gerät eine zweite Chance einräume. Da würde ich mich dann noch mal zu melden, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ähm, 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 ich gehe im Moment so ein bisschen davon aus, dass es ein Einzelfall ist, weil ich auch ansonsten nirgendwo bisher Kritik zum GPS gefunden hab. Ähm, ähm, trotzdem, das ist so in meinem Test jetzt, in meiner Praxiserfahrung der einzige wirkliche nennenswerte Nachteil des Gerätes gewesen. Ansonsten ein wirklich feines Smartphone, das ich sehr, sehr gerne behalten würde. Ähm, schönes Format, ähm, langsam fange auch ich an, mich an, äh, 5 Zoll Geräte zu gewöhnen, gerade wenn sie dann so kompakt und so schön flach sind, äh, wie das Vico Getaway und ansonsten auch einfach Spaß machen. Ah, das Display ist auch sehr ordentlich. Das hatten wir jetzt nicht noch mal gezeigt. Glaub, im Unboxen hatte ich das gemacht. Es, ähm, hier fällt, ja, das ist jetzt durch die Spiegelung schwer einschätzbar. Ähm, die Helligkeit fällt bei Gradem, also von, jetzt von oben oder seitlich drauf gucken, kaum ab. Hier so ein ganz klein bisschen geht die Helligkeit runter in die andere Richtung auch. Wenn man diagonal drüber gucken, dann wird es hier im extremen Blickwinkel so ein bisschen blasser und, äh, in die über die andere Ecke und dann auch über die diagonal gegenüber den Ecken, äh, liegenden Ecken ist das genau der gleiche Effekt, äh, haben wir so einen leichten Blaustich drin. Das ist aber nie so stark, dass man da irgendwie schlechter Inhalte ablesen könnte. Also absolut nicht störend. Äh, und wer mehr, äh, zu den Blickwinkeln beziehungsweise zu dem Display auch im direkten Vergleich mit elf anderen Handy Displays sehen will, ähm, sollte sich mal umschauen auf meinem Kanal, beziehungsweise Technophil.de, habe ich einen, äh, Display Vergleich mit, unter anderem den Vico Getaway, aber auch halt vielen anderen Geräten gemacht. Zwölf Stück waren es an der Zahl, äh, wo man dann sehen kann, dass das Getaway eigentlich sehr gut da, ähm, ähm, mit, mitschwimmt. Nicht das allerbeste ist, aber doch wirklich sehr Blickwinkel stabil letztendlich ist. Ja, soweit von meinem Testbericht, äh, Fazit wie schon vorab gesagt, ähm, ähm, das ist ein Gerät, was mir richtig Spaß gemacht hat, ähm, was leider diese Schwäche beim GPS hatte, wo ich noch so ein bisschen drauf hoffe für das Getaway, weil es einfach so ein sympathisches Gerät ist, finde ich, dass das, äh, ein Einzelfall war. Wollen wir mal schauen, ob wir das noch geklärt kriegen. Ähm, ähm, wäre, wäre, glaube ich, hilfreich, wenn ihr mir auf Google Plus, Twitter, ähm, oder per RSS-Feed folgt, dann, äh, äh, könnt ihr das Update dazu dann auch noch mitbekommen, beziehungsweise einfach später nochmal in den, äh, geschriebenen Testbericht, in dem immer so eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich im Video erzähle, wiedergegeben würde, reingucken. Da werde ich dann ein entsprechendes Update einpflegen. Wie gesagt, hier im Video geht das schlecht. Vielleicht mal so eine, äh, YouTube-Einblendung, die man hier irgendwo machen kann, aber die sehen auch bei Weitem nicht alle. Auf mobilen Geräten werden die zum Beispiel leider nicht dann gezeigt. Ja, soweit dann von hier. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Thumbs-up, ähm, abonniert mich auf YouTube, äh, oder folgt mir auf Google Plus, Twitter und so weiter, wie schon erwähnt. Äh, äh, wer das Video jetzt in den nächsten Tagen, also sprich bis zum Mittwoch, den 20. August, noch sieht, top aktuell quasi, der kann auch noch an dem Preisausschreiben teilnehmen, falls er es nicht schon getan hat. Ähm, einfach einen Kommentar auf der Seite hinterlassen und eben das dann in diesem Rafflecopter, ähm, auf der Gewinnspielseite eintragen. Zusätzlich kann man noch Twitter und Google Plus nutzen und ähnliches, ähm, um sich, äh, mehr Lose zu verschaffen und, äh, damit die Gewinnchancen ein wenig zu erhöhen, wobei mittlerweile an die 800 Lose schon vergeben wurden. Ähm, ähm, also da ist schon richtig was los. Trotzdem, äh, wer weiß, vielleicht hast du ja gerade Glück und gewinnst dieses, äh, doch sehr schicke und auch durchaus brauchbare Smartphone. Ansonsten, ähm, Bezugsquellenpreise findet ihr hier unterhalb des Videos. Es kommt jetzt langsam wieder in die Geschäfte. Es war eine Zeitlang ausverkauft, weil anscheinend die erste Charge so schnell weg war, ähm, dass da, dass man da nicht ganz hinterher kam, wieder einen Nachschub in die Shops zu bringen. Ja, soweit von hier. Ähm, ich hoffe, es war diesmal nicht zu lang und, ähm, ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin, euer Klaus von Technophil.de